Ja, das ist echt ne Bruchbude hier. Geh ans Telefon! Ja, wo ist denn das Telefon? Weiß gar nicht wo das ist. Telefon? Ah, hier. Link im Park. Ja, erstmal was anziehen würde ich sagen. Kleidung wechseln. Lederjacke? Na komm ich will hier mein Anzug. Wo ist das Ding? Habe ich gar nicht. Nehmen wir das. Ich habe gar keinen Anzug mehr. Soll ich wieder 9 kaufen gehen. Und scheiß aber auch. Hatte ich so einen tollen Anzug. Kann ich mir wieder 9 holen. Habe ich in der Garage drin so. Wie viel Hotrods habe ich denn? Ich nehme mal den. Der ist auch ganz gut. Aber sehr schmierig. So, fahren wir mal dahin. Geh weg da. Mal gucken wie die am Plan sind. Eine Pistole müsste ich eigentlich haben. So, einmal hier ab. Und dann noch geradeaus weiter. Und dann, ja. So, muss auch schon fast da sein. Ja, super. Ich bin voll dran vorbeigefahren. So, steigen wir mal hier aus. Und laden wir mal dahin. Wo ist er denn? Ein ziemlich leerer Park, wa? Und dann. Oh. Ja, der kommt aus. Ja, hey. Was ist? Hey Wille. Sehr viel. Das ist einfach einfach als Geschäftsführer. Und heute hat er den guten Präventinager gesagt, weil der Auto-Dié-Sort im Jahr in die Flöder gekommen ist. Jetzt muss er nur noch einen Hinder nicht auf dem Weg fahren. Der Mann, der sein Vorhaben verhält und dank der Hauptfrau sei der Stadt zu hören, Frank Lentschie. Oh Herr Mastat, ich habe das verlässliche Erzählung. Herr Kurz, und was wird das mit uns gekriegt? Nun, dass er sein muss. In Frankreich kostet ein Kilo Heroin 2.500 Dollar. 14.000 waren es über den Teich zu bringen. Er rief, und wir passieren auf Riesen allein dafür den Sprechern die Du auszuliehen. Nach 7.500 Dollar gewinnt Frau Kieler. Hmm, aber was ist mit Frau Kieler? Kale aus Börkestaden. Und dann klopft er uns auf die Finger und will einen Anteil. Herr Kale, der Einzige, die Verhandlung erstattet. Von uns hatten wir das Gott. Ich bin euch weit verraten. Was müsst ihr zwar über die Kahn? Einen Eisrahmen? Einen Aune, da wir mit der künfte chinesischen Anhang. Einen Regen, die Schlitzmacht. Und da war eine Kahnorganisation für andere Gebäude. Ein kontrollierter Chinesenvorteil und Wagen und Doppel. Aber angekommst wurden dort auch gerne gestoppt, damit außen stehen. Denn nachdem wir dafür brauchen die Hüse es nicht. Und sie sind hier, klar. Ja, wir kriegen 10 Kilo für die Hüse. Hier ist hier. Und man darf nicht wissen. Das ist es für sein. 100 Kilo. Warte, nach Hause. Aber woher bekommen wir die 35 Riesen? Es ist bei einem Kälbikall. Der Jude drüben in der Kanzel. Der Leib im 35, wenn wir im 45 zurückkommen. Das heißt, wir haben 50 Riesengewinn verlebt. Weil wir dafür den Stoff von einer Fußgut haben. Der Rücksicht der Straße Lollein ist doch egal. Das heißt, wir können in der Gegend durchführen. Das ist schon los. Wohl, dieser Scheiß, dass ich heute nicht. Nein. Nein. Verlierer. Wenn die sich unbedingt umbringen wollen, wenn ich ihnen die andere war behauptet. Besonders kurz anzukriegen. Dann spürst du jetzt mit dem Scheiß. Mal zu. Ich hab nun mal im Gekko. Ich bin mal im Gekko. Ich bin mal im Gekko. Ich bin mal im Gekko. Dort haben wir schon mal vom Gekko. Steht ihr dabei oder nicht? Und wir? Komm, ich bin nicht blöd mit dir. Jetzt kannst du nicht verdammt gelesen. In einem Wettbewerb. Ja. 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 Super. Ich hab falsches Fahrzeug mit. Ja. Da muss ich erstmal an das Auto besorgen. Ja. Genau. Entschuldigung. Ja. Genau. Entschuldigung. Weil nämlich, äh, in dem Auto passen die nämlich nicht alle rein. Es ist mir nur ein Zweisitzer. Scheiße. Ich komme gleich zurück, weil ich muss ja mein Auto besorgen. Da steht doch schon eins. Da gelbe Dingen da. Nur der weiße. Nehmen wir den hier. So, keiner gesehen. So, der ist ja. 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 Ja, das ist immer so ein Problem. Geld zurückzahlen und so was. Ja, hör auf zu hupen. Okay. Wo ist denn der Eingang? Hä? Ja, ja, renn doch nicht im Weg rum. Muss mal hier rum. Joop. Untertitelung des ZDF, 2020 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 nehmen wir mal die wumme und es kommt dann noch mehr ich bin der beste ist klar dann blüht ihr was gut los jetzt na komm zeig dich drecksack endlich wartet da kommt noch mehr komm hier weg komm hier einsteigen warte hin ja man sich mal die tür auf oder was hat fehlt mir auch noch ja wir hängen sie ab haben wir schon abgehängt meine fresse wieso kommen ja jedes mal autos um der ecke waren das echt jedes mal so fährst du um eine kurve kommt ein auto an bonen lkw Vielen Dank. Vielen Dank. Na ja, auf nach Hunters.